Hallo Freunde, heute machen Dandy und ich eine Skibbidi-Titan-Armee-Battle. Challenge. Ja, Challenge wollte ich gerade sagen, aber eigentlich ist es ja ein Battle. Ja, was geht ab? Und sorry, wenn ich mich heute so ein bisschen kränklich anhöre, ich habe so Halsschmerzen oder irgendwas im Hals, also wollte ich euch jetzt schon mal sagen. Ich meine, du bist ja krank, ist ja nicht schlimm, wenn du dich kränklich anhörst. Ja, wir haben hier, warte, wir können ja mal zeigen, ich mache mal hier so ein Mini. Die Mini-Dinger? Ja, die Mini. Okay, let's go. Hier ist meine Mini-Kamera und da ist ein Mini-Kamera, komm, Kamera, nee, ich bin die Kamera, ich bin Fernseher, TV-Man. So, hoffentlich gewinnt meine Kamera. Ja! Was, du cheatest! Oha, naja. Komm, wir nehmen Blöcke raus, das, das, das. Da gibt es noch einen richtigen Titan, Leute, also bleibt dran, um den richtigen Titan zu sehen. Mhm, ob das jetzt gerade so fair war, weiß ich nicht, aber gut. Natürlich ist das fair. So, das brauche ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, Bufflö, Mollö, aber gut. Hm, das nehme ich noch einmal mit. Bauen wir jetzt die Runde, oder wie ist das jetzt? Äh, erstmal machen wir eine kleine Spam-Runde, oder? Wir können erstmal ganz viele kleine spawnen. Okay, dann spammen wir jetzt hier mal ganz viele kleine. So, und in der Zeit, wo ich welche platziere, könnt ihr den Kanal abonnieren, ein Like da lassen und ein liebes Kommentar schreiben. So. Okay. Echt anstrengend, mit dem Kloß im Halt zu reden. Ja. Hoffentlich werde ich nicht noch schlimmer krank. Hey, hoffentlich wirst du echt nicht schlimmer krank, weil dann kannst du ja gar keine Videos mehr machen. Ja. Okay, ich glaube, ich habe genug gespannen. Das ist eine richtige Armee, also mehr geht wirklich nicht. Okay, okay, okay. Machst du die Wand weg, oder soll ich das machen? Ähm, ich kann das an sich machen, das ist überhaupt kein Problem. Perfekt, weil in der Zeit kann ich noch welche spammen. Das ist so ungerecht, Bufflö. Du willst doch nur mit unfairen Mitteln gewinnen. So, kann ich die Wand weg machen? Ja, kannst du. Okay, drei, zwei, eins und los. Okay. Okay, ich weiß ja echt nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe auch echt viele platzierte. Äh. Aber ich sehe mich auch schwer. Also ich kann es echt nicht einschätzen, was mehr ist. Ich würde jetzt spontan sagen, ich gewinne das, aber ich weiß nicht. Ja, spontan würde ich auch sagen, dass du ein bisschen mehr gemacht hast. Obwohl du sogar Zeit hattest, zu platzieren jetzt. Oh, wir haben dich vermöbelt, Bufflö, wir haben dich vermöbelt. Na, du hast einfach nur mehr platziert. Ja, ja. Das ist halt so. So, wie können wir die jetzt alle erledigen? Äh. Gute Frage. Ich kann echt viele. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Machen wir es einfach so. Wow. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, erste Runde geht wohl an mich, ne? Ja. Jetzt bauen wir ein bisschen und dann packen wir den richtigen Titan hin. Oh, der hat viel Leben? Ja, der hat viel. Am besten aber keine Feilen vorne platzieren. Einfach mal. Hm, okay, okay, okay. Was brauche ich denn jetzt hier? Weil am Ende machen Dandy und ich einen Kampf. Mal gucken, wer da gewinnen wird. Hm, hm. Falls ich verliere, schiebe ich das auf meine Krankheit. Ja, klar. Weiß ich jetzt nicht. Hä? Ob man das darauf schieben sollte? Ja. Normalerweise gewinne ich immer gegen Dandy. Hm, letzte Runde habe ich gewonnen. Also, in deinem letzten Video habe ich auch gewonnen. Richtig krass sogar. Ich glaube, darf ich, war ich auch krank. Nein, du warst das erste Mal, dass du dieses Jahr krank bist, Buffalo. Eigentlich schon, stimmt. Ich bin das erste Mal krank. So. Okay. Was baue ich hier? Ich brauche eine Basis, Buffalo. Eine richtig krasse Basis. Ich auch. Aber ich baue einfach sinnlos irgendwas hin. Ja, wie sinnlos? Basis ist ja nicht sinnlos. Du hast ja schon einen Plan da, wenn du weißt, was du baust. Das ist schon sehr sinnlos, was ich baue. Okay. So. Ich habe eine Idee, was ich baue. Spontan passiert, wo ich gebaut habe. Okay, gut. Bist du bereit? Ich muss noch ein bisschen bauen. So. Bist du bereit? Nee. Ich mache hier noch was hin. So. Zack. Tatsächlich bin ich noch nicht bereit, Buffalo. Okay. Ich muss hier noch ein paar nette Sachen machen, die dir bestimmt gefallen werden. So, dann habe ich das, das, das. Ich will hier schon was Schönes hinbauen. Ich baue auch gerade was Schönes hin. Es war nur in einer Farbe, aber es sieht trotzdem schön aus. Okay. Du musst dann sagen, was das ist, okay? Okay. Ist das so schwer zu erkennen? Nee. So, und jetzt kommt noch hier. Echt nicht schlecht aus, Dandy. So, und dann kann ich hier so. Nö, nö, nö. Machen genau, Leute. Und ich platziere jetzt meinen Titanen. Guckt ihn euch an. Hier ist er. Sieht ein bisschen ähnlich wie meine Basis aus. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt. Warum schummelst du? Ich habe nichts aus Versehen. Ich wollte wirklich, ich bin ja aus Versehen so schnell, wirklich jetzt. Meines Ernstes. Okay, ich schummel auch jetzt einmal. Okay. Was bringt das dann? Okay. Ich bin bereit. Sowas von. Okay. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann mache ich die Wand weg in drei, in zwei, in eins. Eins, und. Eins, und. Ja, warte. Und jetzt. Warte, habe ich die Wand überhaupt markiert? Ich glaube, du hast jetzt was anderes weggemacht. Oh ja, ich habe jetzt, äh, mein. Ah, warte, Moment. Ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. Let's go. Okay. Oh, dann hat wieder Zerres gehauen. Das kann doch nicht sein. Oh nein, es geht wandern in die Fallen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber was, wie sieht mein Haus aus? Äh, gut, ja. Ich muss kurz den Kampf gerade zuschauen. Du hast voll den coolen Titan. Nein, ich in die Falle. Hast du gerade meinen geschlagen? Nein, nein, ich wollte, aber ich habe es gelassen. Ich wollte nicht umfass spielen. Okay, du hast ein cooles Haus. Oh ja, ja, in die Falle, in die Falle, in die Falle. Hey, 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 ja, ja, genau. Stubst in die Labe. Nein, 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 nein. Oh ja, 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 ist ein extra Schaden. Nein, was? Was? Das war ziemlich knapp. Das war echt knapp, ja. Ich habe ihn mit einem Schlag, weil er ist down. Okay, ja, dein Haus sieht, ja. Wie sieht das aus? Das ist cool, ja. Nein, wie sieht das aus? Nach was? Kameramann, keine Ahnung. Ja, genau, es ist ein Kamerangebäude. Ich kann dann hier reingehen. Und dann stehe ich hier vorne. Nee, nee. Und dann kann ich so, bam. Okay. Naja. Jetzt gibt es Upgrade. Und dann kämpfen wir, oder wie ist das? Ja, jetzt machen wir, können wir irgendwas upgraden. Ein paar Pfeilen platzieren. Okay. Dann würde ich sagen, habe ich schon eine Idee, wie ich das hier mache. Ich auch. Ich upgrade mein Haus zum Titanen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, ich bin fertig. Ich habe überall was platziert. Und wie sieht es bei dir aus, Dandy? Ich bin an sich auf, fertig. Du kannst ja deinen Zuschauer kurz deinen Dings zeigen, deine Burg oder was immer du gebaut hast. So, ja, mal jetzt. Ich mache hier meinen Spawnpoint hin. Und kannst du ja auch bei dir irgendwas machen. Ja, ich mache auch kurz meinen Spawnpoint hier hin. So, platziere die Sachen, die ich nicht brauche, ins Inventar. So, zack, zack, zack. Packiere schon mal die Wand. So. Ich gehe in Game Mode 0. Game Mode Survival. Und Leute, wenn ihr bereit seid, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Ich kämpfe jetzt gegen Dandy. Ich werde gewinnen. Meinst du? Okay. Okay, in seine Burg komme ich nicht rein. Das ist schade. Ehrlich? Habe ich gut gemacht. Ja, die ist echt gut. Ja? Soll ich die mal in meinen Turm rein? Und hä? Hier ist eine Kiste. Äh, was? Oh, das ist unsere Geheimen. Okay, das sagen wir ihnen nicht. Ja. Mit weh, ne? Ich baue das mal kurz ab. Jetzt komme ich da nicht hin. Okay, okay. Dann komm doch her. Du hast gar keine Chance. Wenn du einmal von deinem Turm runter gehst, bist du hinüber. Ja, komm doch. Wo bist du? Ich bin doch da. Ja, geh von deinem Turm runter. Du wirst hinüber sein. Ja, das ist weh, ne? Ne, tut nicht weh. Okay, komm. Wo bist du? Ah, du bist unten jetzt? Ja, komm. Okay, ich komme. So, weißt du, was ich bekommen habe? Was? Der Titan hat mir seinen Hammer gegeben. Wie schade macht das? One-Hit! Ja! Quatsch, das ist so ein Quatsch, Buffalo. Das zählt doch gar nicht. Ich hab den Hammer von den Titanen. Das zählt doch nicht. Guck mal, ich kann Danny einfach one-hitten. Hä, wie ungerecht. Tja, du hättest immer deinen Titanen fragen können. Hm. Also schreib mal in die Kommentare. Ah, jetzt hab ich meine Basis so unnötig krass gebaut. Hm. Ich wär da eh nicht reingekommen. Ich weiß. Ich guck gerade, ob man hier... Siehst du? Also ja, schon. Du hättest... Ja, dort tut's schon weh. Kannst du nicht rein? Ja, also... Hau mich, hau mich, hau mich. Hä? Lock. Ja, okay. Der E-Span macht keinen Sinn. Ja, ich hab auch... Ja, okay, ich hab verloren. Was soll ich machen? Ja, Leute, ich find das Geschenk von Titanen voll cool eigentlich. Der sieht voll cool aus, der Hammer. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt mir das Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.